Na, dit sieht ja hier wieder mal aus. Da brauchte ich mir also keine Sorgen machen, dass ich mir so einen Job loswerde hier. Oder dass das Wetter besser wird, ich mir vielleicht so einen Creme kaufen müsste. Können wir abhaken. Jut, dat war jetzt 2 Tage unbehandelt. Dat macht bei euch dann auch wieder in 2 Tage mittleres schönes Wetter. Aber da geht es dahin. Da setzen die Behandlungen wieder ein, massiv, alles weiß am Horizont. Und darunter bilden sich dann natürlich die Wolken. Alles klar. Der Hund hat sich schon mal hingelegt. Der ist tot. Der Hund hat sich schon mal hingelegt. Das ist tot. Der Hund hat sich schon mal hingelegt.